Bei der Premiere des Healthcare-Tages am FZI stand die Digitalisierung des Krankenhauses im Mittelpunkt. Praktiker und Experten aus der Wissenschaft widmeten sich der Frage, wie medizinische Einrichtungen von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien und darin inbegriffen Werkzeuge zur Entscheidungsunterstützung profitieren können. Es gab Vorträge zum Beispiel zum Einsatz von Informationstechnik und Simulationsanalysen zu Krankenhauslogistik und dem IT-basierten Datenaustausch von Routinedaten. In den Pausen hatte man dann Zeit zu vertiefenden Fachgesprächen. Am Ende fiel die Resonanz durchweg positiv aus. Der nächste FZI-Healthcare-Tag ist schon in Planung. Im Herbst 2016 stehen Digitalisierungskonzepte für niedergelassene Ärzte im Mittelpunkt.